Er ist ehemaliger Wissenschaftssenator aus Hamburg und jetzt ja Leiter der Bertelsmann-Bildungsprojekte, wenn ich das recht sehe, und der ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, die digitale Bildungsrevolution, das war die erste Werbeeinblendung, das viele der Thesen, die ich in digitaler Dividende habe, nochmal ganz anders bringt, pointierter bringt, auf den Punkt bringt und eben auch viele Erfahrungen direkt Silicon Valley vor Ort aufbereitet. Und wir sind jetzt gespannt, was wir heute erfahren werden, inwieweit digitale Bildung uns voranbringen kann, wie, in welcher Weise, aber auch natürlich, wo die Grenzen sind, wo die Probleme sind. Herr Dräger. Ja, herzlichen Dank, einen schönen guten Abend. Ich würde jetzt versuchen, wahrscheinlich so gegen 50 Minuten, 45, 50 Minuten, Ihnen einen Überblick über die digitale Bildung, auch gerade aus der internationalen Perspektive zu geben. Und wenn Sie über digitale Bildung reden, reden viele Menschen über die Kompetenzen, die Menschen in der Zukunft brauchen. Darüber will ich nicht reden. Es reden auch viele darüber, ob man mit Smartboards und iPads arbeiten sollte. Auch darüber will ich weniger reden. Ich will Ihnen, und Sie werden sehen, in den nächsten 50 Minuten ein deutlich breiteres Bild, bis rein in den Arbeitsmarkt geben, wo Digitalisierung Bildung sehr radikal verändert. Und wenn Sie heute über Digitalisierung reden, dann sehen Sie häufig gezeigt, der große Tsunami, der wie die digitale Disruption alles dahin wäscht. Vielleicht eben auch den Humboldt. Und ich will als kleine Aufwärmübung ein paar Zahlen Ihnen zeigen, wie einfach in der Quantität dieser digitale Tsunami relativ beeindruckend ist. Wenn Sie sich angucken, wer in Deutschland heute studiert, dann sind das 2,8 Millionen echte Studierende, also welche, die an Hochschulen immatrikuliert sind. Auf der größten Online-Plattform, Online-Hochschule Coursera in San Francisco, sind 22 Millionen Studierende in Anführungszeichen immatrikuliert. Wenn Sie sehen, wer heute ein Seminar besucht oder einen Arbeitskreis oder was auch immer und sich dort fortbildet, dann ist das in der Regel die Gruppe von 20. Und auch die Seminaranbilde haben Probleme, die Hörsäle zu füllen. Und wenn Sie bei Stack Overflow, der größten Hilfs- und Weiterbildungsplattform für Programmierer unterwegs sind, dann sind Sie einer von 200 Millionen Besuchern im Monat. Oder wenn Sie sich, das ist eine Studie jetzt von uns, von der Bertelsmann Stiftung, darüber, wie ich finde, zu Recht Sorgen machen, dass 1,2 Millionen Schüler und Schülerinnen in Deutschland pro Jahr Nachhilfe bekommen, dann ist das eine verschwindend geringe Zahl zu knapp einer Milliarde Downloads von Nachhilfe-Videos auf der größten Nachhilfe-Online-Plattform der Khan Academy. Und viele, die solche Zahlen hören und im Bereich der Pädagogik unterwegs sind, machen diese Handbewegungen und sagen, Hilfe, dieser Tsunami, der überrollt mich. Und die positive Botschaft, die ich hoffe, am Ende meines Vortrags Ihnen doch durchaus mit auf den Weg zu geben ist, man kann diese Welle surfen und der Humboldt, der kann es auch. Was der nämlich wollte, der wollte als der große preußische Bildungsreformer gute Bildung verlässlich für alle. Und das war zu einer Zeit, wo die einen den Privatlehrer hatten und die anderen hatten gar nichts. Und er war eben derjenige, der das hochstandardisierte deutsche Bildungssystem der allgemeinen Schulwesen, die 45-Minuten-Taktung und die Lehrpläne mit angestoßen hat. Wenn ich vorhin gesagt habe, ich will nicht über die Kompetenzen reden, dann werde ich darüber sprechen, wie Digitalisierung als ein Hilfsmittel eingesetzt werden kann, um andere pädagogische Ziele, wie zum Beispiel individuelles Lernen oder eine Personalisierung der Pädagogik zu erreichen. Also ich werde sozusagen über das Surfboard reden, auf dem der Pädagoge, die Pädagogin, der Lehrer, die Professoren surfen können, um Digitalisierung, um diesen digitalen Tsunami zu reiten. Ich mache das in drei Teilen. Ich beginne jetzt gleich mit den Herausforderungen und dann komme ich zur Tiefenbohrung. Das ist sozusagen der Kern des Vortrags und das Ziel der Aufmerksamkeitsspanne ist, dass sie jetzt nicht wissen, was die Zahlen bedeuten, aber nachher es wissen. Und anschließend versuche ich, das Ganze noch so ein bisschen aufzulösen, indem ich Chancen und Risiken als Ableitung der Tiefenbohrung, die eben Veränderungen durch Digitalisierung im Bildungswesen darstellt, versuche zu geben. Damit bin ich bei den Herausforderungen und die sind überwiegend analog. Und ich will Ihnen analoge Probleme zeigen, die wir versuchen, mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln zu lösen. Und das erste analoge Problem, und das Wort nimmt man immer etwas schwer in den Mund, ist eben die Tatsache, dass Bildung ein Massengeschäft geworden ist. Das ist im Bereich der Massenhochschulen, das ist aber auch im Bereich der Schulen oder der Fort- und Weiterbildung. Wenn Sie sehen, in Deutschland wird das Abitur zum Regelabschluss. Wir nähern uns ja zu 57% derjenigen, die eine Hochschulzugangsberechtigung erreichen, zehnmal so viele Studienanfänger heute wie in den 60er Jahren. Das ist noch nicht viel. In Korea sind 70% eines Jahrgangs. Aber auch in anderen Bereichen, weltweit hat sich die Zahl der Studierenden in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Der indische Ministerpräsident hat erklärt, er würde 500 Millionen Menschen innerhalb einer Dekade fort- und weiterbilden wollen. Gigantische Zahlen in der Herausforderung einer Masse an Menschen, die gebildet werden, die wir bewältigen müssen. Und auch in Deutschland, wenn Sie sehen, die Zahl derjenigen, die in die Kitas geht, hat sich um 140% in den letzten zehn Jahren erhöht. Ganztagsschulen plus 30% in den letzten fünf Jahren und eben schon angedeutet in den letzten 50 Jahren plus 900% Studienberechtigte und Studienanfänger. Nicht nur weltweit, auch in Deutschland einfach ein Massengeschäft. Die zweite große Herausforderung, und die kommt mit der Masse, und das wird insbesondere klar, wenn man sich die Zahl der großen Studienanfänger anguckt, ist die Heterogenität. Die alte homogene Lerngruppe ist eine Illusion. Im Hörsaal, in der Schule, im Seminarraum. Und auch da habe ich Ihnen nur ein paar Zahlen mitgebracht, wenn Sie sich zum Beispiel heute angucken, von den vielen amerikanischen Studierenden, wen würden wir noch als typisch bezeichnen? Jung, Vollzeit und auf dem Campus vor Ort studierend. Ein Viertel der amerikanischen Studierenden. Drei Viertel derjenigen, die an der Hochschule immatrikuliert sind, sind entweder älter, studieren Teilzeit oder eben online. Das ist eine andere Art der Heterogenität, als wir früher hatten. Knapp ein Viertel der deutschen Studierenden hat die Berufsausbildung abgeschlossen, bevor sie anfangen zu studieren. Aber auch in der Schule, wenn Sie das relativ selektive bayerische Gymnasium nehmen, das sind Werte aus der ersten PISA-Untersuchung, dann haben Sie einen erheblichen Leistungsabstand zwischen dem oberen und unteren Viertel bei den 15-Jährigen. Von zweieinhalb Jahren also auch eine erhebliche Heterogenität im Klassenzimmer. Oder wenn Sie jetzt die Herausforderung der 300.000 Schulpflichtigen, die im letzten Jahr in das deutsche Schulsystem gekommen sind, aufgrund der hohen Flucht- und Migrationsbewegungen, dann bringt das zusätzliche Heterogenität ins Klassenzimmer. Und wenn Sie das wieder auf Deutschland reflektieren, dann zeigt sich das auch in den Bildungsverläufen. Wenn Sie früher eine relativ einfache Wahl hatten von der Schule, gab es zwei Straßen. Die eine hieß Ausbildung, die andere hieß Studium, danach gab es einen Beruf und die Rente. Dann, ohne dass Sie das in irgendeiner Weise lesen sollen, ist heute das eine wesentlich buntere Landschaft. Ich habe Mischformen zwischen der beruflichen Ausbildung und der Universität. Ich habe Sabbaticals, ich mache das eine und dann das andere. Und mit dieser Heterogenität muss ein Bildungssystem umgehen. Und die eine Antwort der Hochschulen, die schockiert mich immer etwas. Das ist nämlich die Frage, welche Wahl habe ich eigentlich quantitativ wieder, wenn ich heute mir überlege, welches Studium ich in Deutschland beginnen möchte. Und mit 18.482 Studiengängen stehe ich heute schlichtweg vor einer riesigen Optionsmöglichkeit, was ich denn studiere. Eine Antwort eben auf die Heterogenität der Studierenden, die von den Institutionen dadurch beantwortet wird, dass ich in meiner Heimatstadt Bielefeld zum Beispiel an der Fachhochschule des Mittelstandes auch einen Bachelor in Vegan Food Management machen kann. Und dadurch eben mit dieser hohen Spezialisierung auch sowas wie diese großen Zahlen zustande kommen. Also Masse, Heterogenität als die zweite Herausforderung. Und gleichermaßen die Konsequenz dessen, aber auch eine Herausforderung, ist dann das, was mit den Kosten passiert. Und das sind zwei Effekte. Der eine kommt aus der Masse. Wenn Sie mehr Studenten haben, dann kostet das auch mehr Geld. Ich zeige das gleich nochmal mit deutschen Zahlen. Das ist aber per se erstmal ein linearer Effekt. Das Schlimme im Bildungswesen ist aber, Sie haben keine Skaleneffekte. Also wenn Sie in der Schule eine neue Schulklasse aufmachen, dann ist die nicht irgendwie günstiger als die letzte Schulklasse, die Sie hatten, sondern genauso teuer. Und wenn Sie tausend neue Studierende an der Uni Kassel haben, dann kosten die das gleiche wie die letzten tausend Studierenden. Während in der Industrie, wenn Sie also zehntausend Stück eines Produktes gemacht haben und Sie machen das elftausendste Stück des Produktes, ist in der Regel das ein Stück günstiger. Das heißt, das ist ein linearer Effekt. Schwieriger ist aber, was es bedeutet, mit Heterogenität umzugehen. Und ich habe Ihnen da mal amerikanische Zahlen mitgebracht. Hier wird gemessen, zwischen 1971 und 2008, wie die Lesekompetenz sich in Amerika verbessert oder nicht verbessert hat. Und die erfreuliche Nachricht ist, sie ist nicht schlechter geworden. Amerikanische Schüler können heute genauso gut oder schlecht lesen wie 1971. Das Problem ist aber, dass die Kosten pro Schüler, inflationsbereinigt, um 129 Prozent, Faktor 2,3, in der Zeit nach oben gegangen sind. Ohne, dass das Ergebnis in irgendeiner Weise besser geworden ist. Weil das Schulsystem versucht, mit der wachsenden Heterogenität umzugehen. Die haben jetzt Schulpsychologen, die haben multikulturelle Integrationshelfer, die haben Sprachförderung und alle die Dinge, die nötig sind, um das weiterhin gleiche Ergebnis wie 1971 zu erzielen. Und das Problem ist, diese beiden Kurven müssen Sie miteinander multiplizieren. Weil Sie auf der einen Seite wesentlich mehr Menschen im Bildungssystem haben und auf der anderen Seite sind die wesentlich heterogener und Sie geben pro Mensch im Bildungssystem, also pro Schüler, erheblich mehr Geld aus. Und dann merken Sie, dass Sie bei stagnierenden Lernergebnissen eine Explosion der realen Kosten haben, mit denen das analoge System nicht mehr klarkommt. Und wenn Sie das mal in Deutschland angucken, dann gibt es die etwas anders gelagerte Reaktion. Also 2004 1,9 Millionen Studenten, 2013 14 2,5 Millionen Studenten. Dann gucken Sie sich die absoluten Zahlen an in den Kosten. 7.268 Euro pro Student damals, 7.323 Euro heute. Klingt super. Dann berücksichtigen Sie Inflation und sehen, dass die Stückkosten, Stückkosten, die wir also zur Verfügung stellen, dem Bildungssystem nach unten geben. Das System ist zwar linear mitgewachsen, aber eben Inflationsbereinigt nicht. Und wir können uns, wenn wir ehrlich sind, oder wir leisten uns, wenn wir nicht können, wir leisten uns, wenn wir ehrlich sind, eben diesen Aufwachs des Hochschulsystems nicht mehr in der Art und Weise, wie wir uns den noch vor 10 Jahren geleistet haben. Masse, Vielfalt und Kosten. Das sind eigentlich die drei einzigen Herausforderungen, mit denen ich starten möchte. Und wo eben Menschen in aller Welt, insbesondere aber in den USA und in Asien, wo die Probleme einfach drängender sind, als bei uns in Europa oder in Deutschland, versuchen digitale Lösungen zu geben. Und ich versuche jetzt in fünf Geschichten Ihnen diese Lösung näher zu bringen. Und meine erste Geschichte, und das ist so ein bisschen die Aufwärmübung, weil einige von Ihnen, werden zumindest Teile von dem kennen, die habe ich Sebastian Thruns 412 genannt. Und diese Geschichten sind Fallstudien aus dem Buch, was Herr Buro eben erwähnt hat, die digitale Bildungsrevolution. Und die Sebastian Thruns 412, dazu muss man wissen, Sebastian Thrun ist ein Deutscher, der kommt aus Solingen, der ist aber Professor in Stanford. War auch mal hoch ab bei Google, war da also irgendwie für selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz und sich selbst wieder füllende Kühlschränke zuständig. Und der hat in Stanford künstliche Intelligenz gelehrt als Professor. Jetzt muss man wissen, Stanford ist die wahrscheinlich elitärste Hochschule der Welt. Nirgends bewerben sich mehr und werden weniger genommen. Mit inzwischen über 50.000 Dollar Studiengebühren pro Jahr. Gibt es auch noch einen weiteren elitären Faktor in Stanford. Und der Sebastian Thrun zusammen mit seinem Kollegen Peter Norwig hat sich vor drei Jahren oder vier Jahren überlegt, dass es doch nicht gut wäre, wenn die Vorlesung, die er über künstliche Intelligenz hält, in die kleine Gruppe und den kleinen Hörsaal auf dem Campus Stanford begrenzt wäre. Denn die Lehre in Stanford findet überwiegend, obwohl die mitten im Silicon Valley sitzen, noch genauso traditionell statt, wie das hier auch der Fall ist. Und dann hat der Sebastian Thrun über so einen E-Mail-Verteiler gesagt, übrigens meine Vorlesung künstliche Intelligenz gibt es auch im Netz. Ihr könnt die Videos euch angucken, ihr könnt die gleichen Tests und Übungen wie die Studenten im Hörsaal machen, ihr könnt sogar das gleiche Abschlussexamen machen, ihr müsst aber keinen Cent dafür bezahlen, alles umsonst. Da haben sich am ersten Tag mit dem E-Mail-Verteiler 5000 angemeldet, am zweiten 10.000, dann 15.000. Und als sich 161.000 Menschen für diese Vorlesung angemeldet hatten, hatte Sebastian Thrun einen Anruf seines Dekans oder Präsidenten von Stanford. Und ich war bei dem Telefonat nicht dabei, aber danach wurde der Anmeldeverteiler geschlossen. Und 161.000 Menschen in aller Welt haben die Vorlesung, Einführung in die künstliche Intelligenz mit Videos und Übungen mitgemacht, zusätzlich zu den, weiß ich nicht, 50 oder 100 Studenten im Hörsaal in Stanford. Und drei Monate später und Übungen und Tests und Abschlussexamen haben immerhin 23.000 bestanden. Jetzt kann man sagen, 23.000 von 161.000 ist eine katastrophale Quote. Auf der anderen Seite sind 23.000 wesentlich mehr, als der Sebastian Thrun und der Peter Nowik in ihrem gesamten Leben je im Hörsaal erreicht haben und erreichen werden. Und das Spannende an der Geschichte für mich sind aber nicht die 23.000, sondern der Sebastian Thrun ist dann die Liste der Besten durchgegangen. Und er wollte wissen, welche Menschen oder Studierenden haben das Abschlussexamen als die allerbesten abgeschlossen. Und was er wirklich getan hat, er hat den aller, allerbesten Stanford-Studenten in dieser Liste gesucht. Immerhin an der elitärsten Hochschule dieser Welt. Diese unglaublich sorgfältig ausgewählten Studierenden. Und der stand an Stelle 413. 412 Menschen in der Welt, die es nicht nach Stanford geschafft hatten, waren besser als der aller, allerbeste Stanford-Student. Digitalisierung demokratisiert. Sie ermöglicht, dass ein sehr elitäres, exklusives Gut, was bisher auf dem Hörsaal begrenzt war, plötzlich für die, die motiviert und fähig sind, in aller Welt offen ist. Die Demokratisierung oder die Massifizierung der Bildung ist der erste große Effekt der Digitalisierung. Der zweite ist die Personalisierung. Und ich habe die Geschichte, die School of Ones plus 50% genannt. Und die Geschichte spielte in New York an der David R. Budi Schule. Und die David R. Budi Schule ist eine Middle School, sechste bis achte Klasse. Ich glaube knapp 1000 Schüler. Liegt in Brooklyn und ist in einem Ort angesiedelt, in Brooklyn, in dem die sozialen Herausforderungen sehr groß sind. 80% der Eltern der Kinder in dieser David R. Budi Schule beziehen Sozialhilfe. Also haben Recht auf kostenloses Mittagessen in den USA. Und die Ergebnisse der David R. Budi Schule waren unterdurchschnittlich sogar im Vergleich anderer Schulen in ähnlich angespannter sozialer Ausgangslage. Und da hat der Schulleiter gesagt, das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Er hat sich gefragt, wo sind meine größten Probleme? Die waren im Bereich Mathematik. Und er hat die gemeinnützige Organisation School of One, also sowas wie individuelle Förderung, die Schule für den Einzelnen, das Personalisierte, hat die gemeinnützige Organisation School of One gebeten, den Mathematikunterricht zu reformieren. Und wenn Sie heute in Brooklyn in die David R. Budi Schule reinkommen, sieht die im Erdgeschoss aus wie jede andere amerikanische Schule. Grüner Linoleum, Fußboden, Klassenzimmer, 27 Kinder und so. Und Sie kommen ins erste Stockwerk und da sieht alles anders aus. Ein Riesenraum, 90 bis 100 Kinder in einem Raum, die sitzen da irgendwie an runden Tischen, die Betreuer oder Lehrer gehen nur noch rum und die Kinder machen irgendwie alle was mit einem Laptop oder einem iPad. Was die School of One gemacht hat, ist, die hat die, ich glaube 80.000 Lehreinheiten, die ist in den USA in der 6. bis 8. Klasse, es gibt jahrgangsübergreifenden Unterricht dort, die dort zur Verfügung stehen, hat diese 80.000 Lehreinheiten sich angeguckt und hat die 10.000, die sie am geeignetsten hielt, genommen und digitalisiert. Kleines Erklärvideo, eine Simulation, ein Lernspiel, alles was man an verschiedenen Darbringungsformaten digital machen kann. Und wenn die Schüler da in der School of One sitzen, dann gucken sie ein Video und wenn sie es nicht verstehen, spulen sie es zurück oder machen eine Simulation, versuchen das zu verstehen, machen ein kleines Lernspiel und üben Mathematik. Das Revolutionäre an der Geschichte ist aber nicht, dass die Kinder das irgendwie digital machen und die Lehrer rumgehen und sie dabei betreuen. Das Herzstück und das Revolutionäre der School of One sitzt mitten in Manhattan. Da steht nämlich ein großer Zentralrechner, der für über 10.000 Schülerinnen und Schüler jede Nacht ein individuelles Curriculum in Mathematik für den nächsten Morgen berechnet. Denn bei alledem, was die Kinder machen, entstehen Daten. Und alle diese Daten werden in den Zentralrechner eingespeist. Und wenn die Kinder morgens in die David-A-Buddy-Schule und in viele andere Schulen in Amerika kommen, sehen sie auf so großen Flughafen, großen Monitoren an der Seite Tracy, Station 7, Bruchrechnen, wiederholen. Paul, Station 8, Differenzialrechnung. Und jeder dieser 90 Kinder in dem Klassenzimmer folgt einem eigenen Curriculum und einem eigenen Lehrplan, den ein Zentralrechner in Manhattan mit Hilfe von unendlich vielen Daten, die generiert wurden, jede Mausbewegung, jeder Klick, jede richtige und falsche Aufgabe über Nacht berechnet hat. Zwei Jahre nach Einführung lernten die Kinder an der David-A-Buddy-Schule 50% mehr Mathematik pro Jahr als der amerikanische Durchschnitt. Nur dadurch, dass sie jeder an dem arbeiteten, was sie bewältigen konnten und nicht alle an dem Gleichen. Zweiter Effekt der digitalen Bildung, Personalisierung, auch in großen Gruppen. Das, was ich beschrieben habe, kann jeder gute Lehrer in einer Gruppe von 4, 6 und wahrscheinlich sogar 12 Kindern. Bei 30 wird es schwierig und bei 300 im Hörsaal unmöglich. Dem Rechner in Manhattan ist es egal, ob er 10.000 oder 100.000 Kinder in der Nacht bedient. Die dritte Geschichte führt uns wieder ins Hochschulwesen und zwar zu der Hochschule, zu der ich ganz zum Schluss nochmal zurückkommen werde, der Arizona State University, die ich für das beste Beispiel einer digitalen Hochschule in Amerika halte. Es ist die größte Campus-Hochschule Amerikas, 80.000 Studierende. Es ist eine, die sich insbesondere orientiert auf bildungsschwache und bildungsferne Studierende. Es ist kein Harvard oder MIT, sondern es ist eine staatlich normale Uni mit einem Auftrag der Bildung der breiten Bevölkerung. Die Geschichte beginnt aber nicht in Arizona, sie beginnt in Tennessee und zwar an der Austin Peay State University. Von der werden Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben, zumindest nicht, wenn Sie noch nicht das Buch die digitale Bildungsrevolution gelesen haben. Die Austin Peay State University ist eine kleine Hochschule, 10.000 Studierende, aber durchaus mit großen Herausforderungen. Tennessee ist arm, die ist auch noch eine Stunde außerhalb von Nashville, da ist es noch ärmer und die 10.000 Studierenden an der Austin Peay State University, die studieren nicht Philosophie oder theoretische Physik, sondern die studieren Buchhaltung oder Krankenpfleger, Krankenschwester werden, etwas Praktisches, mit dem sie irgendwie einen Job kriegen, der mehr als Minimum Wage bezahlt. Und die Eltern dieser 10.000 Studierenden sind überwiegend nicht Akademiker. Eine ganz klassische Hochschule für diejenigen, die zum allerersten Mal eine Hochschule besuchen. Und die große Schwierigkeit und das Drama an der Austin Peay State University, dass, glaube ich, zwei Drittel oder irgend sowas der Studierenden den eigentlich auf vier Jahre oder drei Jahre angelegten Bachelor innerhalb von sechs Jahren nicht fertig kriegen. Die studieren entweder ewig oder brechen ganz ab. Und da gab es einen Kanzler, Tristan Denley, ein Mathematiker, der auch das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Der gesagt hat, der Bildungsauftrag unserer Hochschule ist Menschen zum Erfolg zu führen und nicht Abbrecherquoten in der Höhe zu produzieren. Und er hat sich die Frage gestellt, warum brechen unsere Studierenden ab? Und die Antwort war relativ einfach, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie belegen Vorlesungen und Seminare aufgrund ihrer Unkenntnis, bei denen sie keine Chance haben, die zu bestehen. Klassisches Beispiel, ich gehe an die Uni, ich will irgendwas mit Wirtschaft machen. Dann habe ich ungefähr tausend Vorlesungen und Seminare, die mir optional zur Verfügung stehen. Und dann denke ich, Volkswirtschaft ist doch eine super, klingt super. Leider war ich in Mathematik immer eine Katastrophe. Ich habe keine Eltern, die ich fragen kann, ob Volkswirtschaft was mit Mathematik zu tun hat. Das finde ich nach sechs Wochen raus, da ist es zu spät. Ich scheitere. Der Tristan Denley hat sich gesagt, warum weiß Amazon, was ich kaufen will? Warum weiß Netflix, welchen Film ich gucken will? Und warum ist meine Hochschule zu blöd, unseren Studierenden zu erzählen, was sie belegen sollten? Und daraufhin hat er ein Stück Software schreiben lassen, was die 500.000 Datenpunkte der Vergangenheit, die irgendwo in den Datenbanken der Austin Peay State University schlummern, von Studierenden, die schon mal Vorlesungen A belegt und bestanden und Vorlesungen B gescheitert waren, vergleicht mit dem individuellen Profil des einen Studenten, der jetzt vor der Wahl steht, was soll er bloß im nächsten Semester machen? Und diese Software kann mit einer unglaublichen Präzision vorhersagen, ob ein Student mit welcher Note welche Vorlesung besteht. Mit 90% Treffsicherheit weiß die Software, ob ein Student eine bestimmte Vorlesung mit welcher Note bestehen oder nicht bestehen wird, bevor der Student überhaupt darüber nachdenkt, die Vorlesung zu belegen. Und solche Systeme hat jetzt auch die größte Campus Hochschule Amerikas, die Arizona State University, übernommen. Die interessieren sich neben den akademischen Leistungen der Studierenden übrigens noch für die Einträge im Studentenwohnheim, für das Shoppingverhalten auf der Unikarte, für die Facebook-Postings, die nachts um drei gemacht werden, Polizeirekords und alles, was so zur Verfügung ist. Und mit Hilfe dieser Daten prognostizieren Sie auf der einen Seite für den Studierenden, was er tun und nicht tun sollte, und auf der anderen Seite geben Sie den Betreuern Hinweise, wenn ein Student kurz vorm Abschmielen und sich verabschieden ist. Und mit Hilfe dieser Software hat die Arizona State University geschafft, dass die Anzahl derjenigen, die den Bachelor in Regelstudienzeit bestehen, unter diesen sehr bildungsfernen Studenten, die die nun mal haben, um 61 Prozent nach oben gegangen ist. Dadurch, dass die Studenten wissen, was sie bewältigen können, beziehungsweise, wenn Sie denn unbedingt Accounting machen wollen, aber der Algorithmus sagt Ihnen, mit 78 Prozent Wahrscheinlichkeit wirst du durch die Vorlesung fliegen, dann weiß ich zumindest, wenn ich zu den 22 Prozent gehören will, die sie doch bestehen, muss ich mich wahrscheinlich gewaltig auf den Hosenboden setzen. Während wenn der Algorithmus mir sagt, meine Vorbedingungen sind so grandios, dass ich mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit die Psychology 101 Vorlesung bestehen werde, dann weiß ich, da brauche ich mich wahnsinnig anstrengen, da kann ich so durchsegeln, und ich habe alle Voraussetzungen dafür, diese Vorlesung zu bewältigen. Der dritte Effekt digitaler Bildung, Algorithmen und Big Data schaffen Orientierung, eine Informationsbasis, um Wege durch den Bildungsdschungel, durch die 18.400 Studiengänge in Deutschland vielleicht auch mal dem Einzelnen aufzuzeigen. Jetzt haben wir so viel über Amerika geredet, dass ich als vorletzte Geschichte eine Auflockerungsübung aus Ostwestfalen in meiner jetzigen Heimat mitgebracht habe. Ich habe einen Freund, der ist Geschäftsführer eines mittelständischen Softwareunternehmens, 2000 Mitarbeiter, und vor zwei, drei Jahren saßen wir sonntags beim Tee, unsere Kinder gingen gemeinsam in die Kita, die spielten miteinander, und er sagte, du, ich muss dir was komisches oder lustiges erzählen, ich habe die Woche neue Programmierer rekrutiert. Und dann habe ich so einen im Bewerbungsgespräch, netten jungen Mann, und dem sage ich so, na, also eher so aus Geschäftsführerperspektive, so ein bisschen pauschal übergreifend, was können Sie denn so? Und er sagte, er hätte natürlich erwartet, dass der ihm erzählt, eine Aufzählung eben, der verschiedenen Programmiersprachen und Applikationen, die er als Programmierer so beherrscht. Und er sagte, da guckt er mich an und sagt, ich kann nicht so viel, aber ich kenne unheimlich viele Leute in meinem Netzwerk, die was können, und zusammen mit meinem Netzwerk löse ich ihnen jedes Programmierproblem. Und zwei Wochen später, jetzt war es mir wieder irgendwie zusammen am Wochenende, und er sagte, die Woche hat eine junge Programmiererin bei uns im Konzern oder im Unternehmen, hat Softwarecode, den wir proprietär entwickelt hatten, einfach ins Netz gestellt. Sichtbar für die Konkurrenz und für jeden. Da habe ich die in meinem Büro zitiert und gesagt, denken Sie sich eigentlich, sind Sie des Wahnsinns? Da sagt er, die guckt mich ganz entspannt an und sagt, also, glauben Sie denn, wie wir hier unsere Probleme lösen würden, wenn nicht alle ihren Code ins Netz stellen würden? Und dann hat er sie gefragt und gesagt, wo machen Sie das eigentlich? So, dann mache ich auf Stack Overflow, dieser großen Plattform, auf der Programmierer sich gegenseitig helfen. Und dann ist er neugierig geworden, hat sich das mal angeguckt, hat zum Beispiel festgestellt, dass wer auf Stack Overflow anderen hilft, indem er Code bereitstellt, indem er Erklärungen gibt, indem er Probleme beantwortet, der kriegt so Badges, der kriegt Auszeichnungen. Und wer die Auszeichnung Guru hat, der ist schon ziemlich weit oben. Und ein Guru hat zwei Vorteile. Der weiß was, der muss irgendwie eine Kompetenz haben, die von anderen gefragt ist, und der ist teamfähig, weil der ist willig, anderen zu helfen. Und da hat mein Freund sich Folgendes überlegt und Folgendes getan. Also, den einen, den hat er eingestellt, der viele kannte und wenig konnte. Die zweite, die einfach Software-Code ins Netz gestellt hat, die hat er nicht gefeuert. Und inzwischen geht er nicht mehr unbedingt an die RWTH Aachen oder an die TU München, wenn er Softwareprogrammierer sucht, sondern schaltet lieber eine Anzeige für Gurus auf Stack Overflow. Um einen von den 200 Millionen Besuchern, die da pro Monat vorbeischauen, vielleicht für sein Unternehmen in Ostwestfalen gewinnen zu können. Peer-to-peer Learning. Gegenseitig etwas beibringen, austauschen, typisches Generation Y Phänomen als ein weiteres Merkmal, was Digitalisierung strukturiert ermöglicht. Das ist das Gleiche, was früher im Café neben dem Uni-Hörsaal stattfand, wo man von seinen Kollegen nach der Vorlesung mehr gelernt hat als in der Vorlesung, was aber jetzt eben auf Plattformen in strukturierter Weise geschieht. Und meine letzte Geschichte hat damit zu tun und wahrscheinlich würden Sie annehmen, dass es sich eher um ein Computerspiel handelt und nicht um digitale Bildung und Sie haben erst mal Recht. Das Spiel nennt sich Wasabi Waiter. Sie sind Kellner in einem Sushi-Restaurant, Sie haben Kunden und verschiedene Sushis beeinflussen den emotionalen Zustand ihrer Kunden auf unterschiedliche Art und Weise. Und Ihr Ziel ist, alle glücklich machen. Und Sie müssen jetzt also rausfinden, mit welchem Sushi, welchem Typ von Kunden Sie glücklich machen. Vielleicht Frauen anders als Männer, ältere und jüngere und so weiter. Und es kommen leider immer mehr Kunden und es wird immer hektischer und Sie müssen immer schneller aus Ihren Fehlern lernen. Dieses Spiel hier nennt sich Dungeon Scroll. Das hier ist so ein Logik-Spiel, da müssen Sie diese Kreise umdrehen, damit Sie da irgendwie durch diese Tunnel durchkommen. Das sind alle Spiele, die ein Spielehersteller namens Neck im Silicon Valley erfunden hat. und Neck behauptet, in 20 Minuten Computerspiel lernt er mehr über einen Menschen und dessen Eignung für eine bestimmte Stelle, eine bestimmte Position als die bisherige Lebensleistung dieses Menschen durch Zeugnisse und alles, was man vom Arbeitgeber mitkriegt und Bescheinigungen aussagt. Folgender Hintergrund. Die Unternehmen im Silicon Valley, so die Googles und Apples dieser Welt, die haben sich vor einiger Zeit die berechtigte Frage gestellt, gibt es irgendetwas von Vorhersagekraft, um zu wissen, ob jemand, den ich einstelle, ein guter Mitarbeiter wird. Und da gibt es ja erstmal das Offensichtliche, wenn der von einer renommierten Super-Uni kommt wie Stanford und ein tolles Zeugnis hat und da Computer Science programmiert gelernt hat als Bachelor oder Master, dann wird der doch wohl ein guter Programmierer werden. Die Antwort war etwas ernüchternd, die Tatsache, dass jemand von einer renommierten Uni kommt, die Tatsache, dass der besonders gute Noten hat, ist zumindest im Bereich Programmierung, hat keine Vorhersagekraft, ob der hinterher ein guter oder schlechter Mitarbeiter bei den Googles oder Apples dieser Welt wird. Das ist jetzt schon relativ ernüchternd für das Individuum, wenn sie gerade 200.000 Dollar an Studiengebühren für Stanford ausgegeben haben und da an dieser renommierten Uni einen Abschluss gemacht haben, dass das trotzdem nicht irgendwie damit was zu tun hat, ob sie dann hinterher im Job richtig abheben. Dann haben die sich als nächstes gefragt, was hat denn Vorhersagekraft? Da hat irgendwer Schlaues nach einer ordentlichen Big Data Analyse herausgefunden, dass wenn sie sich auf einer bestimmten japanischen Internetseite für Manga Comics interessieren, sie mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit ein guter Programmierer bei Google oder Apple werden, als wenn sie keine Manga Comics lesen. Jetzt können sie als Personalverantwortlicher also sich irgendwie auf die Manga Comics Seiten dieser Welt begeben und gucken, wer von welchen IP-Adressen da rumsurft und versuchen den irgendwie anzusprechen, sagen, wollen sie bei uns irgendwie arbeiten. Und dann hat man sich gefragt, ob es Dinge von noch höherer Vorhersagekraft gibt, als Manga Comics lesen und da sind die Jungs von Nack, diesem Spielehersteller dazugekommen. Und die behaupten, nach 20 Minuten Computerspiel können sie sagen, ob jemand für eine bestimmte Stelle passt oder nicht. Jemand sehr traditionelles, Hans Haringer, der bei Shell arbeitete, wollte das mal ausprobieren. Heute arbeitet er übrigens bei Nack, aber damals war noch bei Shell, der hat bei Shell die Game Changer Unit geleitet. Die Game Changer Unit ist so eine Art interner Inkubator, da kann man sich mit seinen Projekten bewerben und dann kriegt man Geld von Shell und dann hat man entweder Erfolg oder nicht Erfolg. Und wie das bei so einem ordentlichen Inkubator immer ist, 10% der Projekte werden erfolgreich und 90% scheitern. Jetzt wäre es natürlich gut gewesen, wenn man vorher gewusst hätte, welche 90% scheitern, bevor man denen Geld gibt. Der Hans Harringer hatte jetzt 20 Jahre Erfahrung und in den 20 Jahren hatten sich 1400 Leute bei ihm beworben und von denen hatten eben 10% Erfolge und 90% nicht. Und dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal folgendes Experiment. Wir nehmen diese 1400 Leute, wir teilen die in zwei Gruppen. Die erste Gruppe von 700, die spielt euer komisches Computerspieler für 20 Minuten und von denen sage ich euch, wer Erfolg hatte bei Shell und wer nicht. Und dann macht ihr eure Mustererkennung und korreliert irgendwie die Spielergebnisse mit den Erfolgsfaktoren bei Shell und dann nehmen wir die zweite Gruppe. Und die 700 machen wieder 20 Minuten Computerspieler. Und ich sage euch nichts über die. Nicht wie alt die sind, nicht welches Geschlecht die haben, nicht welche Ausbildung die haben. Die machen nur 20 Minuten Computerspieler. Und ihr sagt mir bitte von der zweiten Gruppe, von der ihr nichts anderes wisst als diese 20 Minuten Computerspiel Daten, ob die Erfolg bei Shell hatten oder nicht. Hat das Experiment gemacht, hat sich die Liste angeguckt und Neck konnte jeden Einzelnen rausfischen, der Erfolg hatte und jeden Einzelnen raussortieren, der keinen Erfolg hatte. Nach 20 Minuten Computerspiel ohne Kenntnis über die Lebensleistung dieses Menschen, ohne Kenntnis über Hochschulabschluss Ja oder Nein, Zeugnisse, Renommee der Hochschule oder irgendwas. Digitale Bildung wird verändern, wie wir Kompetenzen messen und wie wir solche Kompetenzen zum Arbeitsmarkt matchen können. Und wenn Sie jetzt sehen, dass bei dem ersten MOOC, Massive Open Online Course von Sebastian Thrun, den ich in meiner ersten Geschichte beschrieben habe, ein damals elfjähriges pakistanisches Mädchen, Katja Niazi, spreche ich sicher falsch aus. Zu den 23.000 gehörte, die bestanden hat. Als eine Frau aus Lahore im Alter von elf, die nie eine Chance gehabt hätte, künstliche Intelligenz in Stanford zu lernen. Die aber jetzt so was lernen kann, die sich über ein Computerspiel von Nack für einen Job bewerben könnte, wenn sie etwas älter wäre. Und die vielleicht da auch besser abschneidet als alle anderen. Dann sehen und im Endeffekt unser ganzes Gesellschaftssystem wird verändern können. Weil sich Menschen fragen, ob sie wirklich noch für 208.000 Dollar für den Bachelor nach Stanford gehen, wenn sie dann auch andere Optionen haben oder zumindest mit anderen konkurrieren müssen, die ihre Bildung auf andere Art erworben haben. Was habe ich jetzt versucht Ihnen aufzuzeigen? Digitalisierung demokratisiert oder massifiziert, also der eine Lehrer, der Sebastian Truhn in der Mitte, der kann jetzt an ganz viele außerhalb des Hörsaales senden. Zugang aber natürlich insbesondere für die Motivierten und die Begabten. Zweitens digitale Bildung personalisiert. Unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel werden möglich. Wenn Sie an der David Abudy Schule mit der School of One sind, müssen Sie nicht alle den gleichen Weg lang laufen, um zum Matheabschluss zu kommen, das individuell zugeschnittene Lernen. Das dritte, das spielerische Lernen, Gamification, habe ich aus Zeitgründen übersprungen heute, aber Motivation mehr als ein Lehrbuch. Das vierte war das Peer-to-Peer Lernen, Stack Overflow, andere Plattformen, die Peer-to-Peer University, wo kein Lehrer mehr ist, wo Menschen strukturiert miteinander auf gleicher Ebene sich etwas beibringen, ohne dass es die Hierarchie dessen hier vorne gibt, der Ihnen etwas erzählt. Peer-to-Peer Learning, oder was wir genannt haben, WeQ, die gesammelte Intelligenz, schlägt die Einzelintelligenz. Die Orientierung durch den Bildungsdschungel, Algorithmen, die den Weg, wie an der Austin Peay State University, über die richtigen Vorlesungen, die ich bewältigen kann, zum Bachelorabschluss führen. Und letztes Beispiel eben, das Matching, die Kompetenzmessung, die Beispiele von NAC und wie ich das perfekte Paar finde, also wie der Algorithmus, die individuelle Kompetenz mit dem Stellenprofil Menschen kann. Übrigens, der Algorithmus von NAC, der sagt nicht, ob sie ein guter oder schlechter Mensch sind, der sagt auch nicht, ob sie intelligent oder nicht intelligent sind, sondern der sagt nur, ob sie zu einem bestimmten Stellenprofil eine Eignung haben und darauf passen und zu anderem eben nicht. Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz auf Chancen und Risiken gucken. Die Kernbotschaft, die ich in der Digitalisierung sehe, ist im Endeffekt die, dass sie die Masse und die Vielfalt vereint. Wenn Sie in der Vergangenheit den Humboldt betrachtet hatten, da war der immer in so einem Dreieck gefangen. Bin ich der Heterogenität gerecht geworden mit dem Einzellehrer, dann war das nicht skalierbar, weil in dem Moment, wo ich den einzelnen Tutor allen zukommen lassen wollte, sind mir die Kosten explodiert. Mache ich die Massenbildung, wo jeder das Gleiche kriegt, halte ich zwar die Kosten runter, aber aufgrund der großen Heterogenität fallen mir zu viele durchs Raster. Und was digitale Bildung versucht, ist sich, wenn Sie wollen, in die Mitte dieses Dreiecks zu positionieren. Zu vernünftigen Kosten einer größeren Gruppe eine personalisiertere Bildung zukommen zu lassen. Und diesen Effekt sehen Sie eben auch im Umgang mit dieser Vielfalt und diese Lernlandkarte, die ich eben gezeigt habe. Das ist für mich wirklich der Kern. Es ist nicht die Massive Open Online Course, es ist nicht die abgefilmte Vorlesung, die dann jeder sich nochmal angucken kann, sondern es ist die Personalisierung des Lernens oder eben diese gleichzeitige Personalisierung und Massifizierung des Lernens, die aus unserer Sicht, aus meiner Sicht die wirkliche Revolution im Bereich der digitalen Bildung ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, die Formalisierung des Informellen. Nehmen Sie die vielen hunderttausend Flüchtlinge, die letztes Jahr zu uns gekommen sind, die im Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, die keine Abschlüsse nach deutschen Normen haben, weder im Hochschulbereich noch im dualen Ausbildungsbereich, die aber Kompetenzen besitzen, weil die meisten von denen hatten ja Jobs in Syrien. Was wir gerade entwickelt haben und wir sind mit den ersten beiden Berufsbildern in der Testphase und werden glaube ich 30 Berufe in diesem Jahr noch entwickeln, ist der Versuch auf digitale Weise die Kompetenzen von Flüchtlingen, von Geringqualifizierten, die nicht formalisiert sind heute, zu formalisieren, indem wir sie messen. Und ich habe Ihnen mal den Automechaniker mitgebracht. Der hat also den Bereich Service, kann der Öl wechseln, kann der Reifen wechseln und so weiter. Da hat er jetzt ein sehr hohes Kompetenzniveau, der jenige, der diesen Test gemacht hat. Im Bereich Reparatur hat er ein mittleres und im Bereich Fehlerdiagnose, weil das nämlich mit digitalen Computern zu tun hat, hat dieser aus Syrien kommende Flüchtling ein sehr, sehr geringes Niveau. Da vorne ist dann irgendwie da hinten ist der Vollberuf. Das messen wir digital. Wie machen wir das? Wir zeigen den Menschen, den Flüchtlingen so kleine Filmchen. Gucken mal, ob ich das hier abspielen kann. Das ist ein Ölwechsel. Und Sie kriegen da in wenigen Sekunden, wenn der Film läuft, gezeigt, der macht also irgendwie, der misst da das Öl, dann macht er gleich die Motorabdeckung auf, dann macht er den Öleinfüllstutzen auf und dann wird er Ihnen den Deckel umdrehen und Sie werden sehen, was auf der anderen Seite dieses Öldeckels ist. Sie sehen, da hängen so ein bisschen Klumpen dran. Das Video stoppt und Sie kriegen dann in acht Sprachen gefragt, was ist passiert. Ist alles okay? Ist die Zylinderkopfdichtung undicht oder ist das Öl alt? Wenn Sie Ihr Leben lang in Syrien Ölgewäldeckungen gewechselt haben, wüssten Sie in diesem Fall, es handelt sich nur um altes Öl. Wenn Sie wie ich nicht mal wissen, wo man die Motorhaube aufmacht, wären Sie ratlos. In vier Stunden mit Hunderten von Videoschnipseln messen wir auf eine Art und Weise, in die wir einmal viel Geld investieren, aber wenn wir das investiert haben, ist für Hunderttausende gleichzeitig anbieten können, die Kompetenzen, die bisher informell waren und formalisieren wir Sie, indem wir Ihnen ein Zertifikat dafür geben. Und wenn Sie heute den Vollberuf nachweisen wollen, im Bereich Automechaniker, können Sie dreitausend Euro bezahlen, zweieinhalb Tage mit einem Meister zusammenarbeiten, dann kriegen Sie eine Äquivalenzprüfung. Und wenn Sie 380.000 Flüchtlinge im letzten Jahr haben, die gerne solche Äquivalenztests machen wollen, dann werden Sie nicht so viele Meister in Deutschland finden und nicht so viel Geld haben, das alles zu tun. Das ersetzt digitale Bildung in dem Fall. Und wenn Sie das weiterdenken, dann nehmen Sie die gemessenen Kompetenzen, die Matching Algorithmen von Knack, die offenen Stellen, die Sie aus dem Netz raussaugen. Es gibt in den USA eine, Burning Glass heißen die, glaube ich, eine Firma, die in Real Time 100 Millionen Stellenprofile täglich anguckt und versucht, das Matching zwischen Lebensläufen und Stellenprofilen hinzukriegen. Und Sie können Digitalisierung nutzen und zum Beispiel einer Gruppe der Geringqualifizierten oder der Menschen, die in Deutschland nach Deutschland geflohen sind, Optionen zu geben, ihre informellen Kompetenzen jetzt sichtbarer zu machen, zu formalisieren und im Arbeitsmarkt einzusetzen. Das ist die zweite Chance. Es gibt aber auch Risiken. Und das, was die Bildungsinstitutionen im Rahmen der Digitalisierung in Teilen erleiden, ist nicht unbedingt bequem. Das Stichwort ist Unbundling, das Auseinandernehmen. Und wenn Sie heute zum Beispiel eine Uni haben, dann macht die vieles auf einmal. Die wirkt um Studierende, die wählt sie aus, die entwirft das Curriculum, Herr Buro kommt und lehrt, dann wird geübt, dann wird geprüft, dann wird zertifiziert und hinterher hat sie vielleicht auch noch Serviceangebote wie Career Placement und Jobvermittlung und Praktikantenvermittlung und ähnliches. Und was im digitalen Zeitalter passiert ist, dass diese einzelnen Bausteine auseinandergerissen werden. Eine Uni fängt an, andere Lehrer einer anderen Uni digital einzusetzen. Sie konzentriert sich auf das Begleiten und das Tutoring. Die Werbung wird an eine andere Organisation outgesourced, die online Studierende anwirkt für diese Uni. Und das ehemals des Universitas im Sinne der Leistungen, die eine Uni anbietet, wird zerpflückt. Viel schwieriger ist noch, was auf der individuellen Ebene des Professors oder der Professoren passiert. Die Person hat früher das Konzept für eine Vorlesung entwickelt, hat gelehrt, hat mit den Studenten geübt und hat geprüft. Heutzutage sehen Sie, dass es die wenigen Stars gibt. Das sind die, die die großartige Vorlesungen konzipieren. Dann gibt es welche, die haben Kommunikationstalent und können lehren. Michael Sandals berühmte Justice-Gerechtigkeitsvorlesung in Harvard haben alleine in China 22 Millionen Menschen angeguckt. Und dann gibt es ganz, ganz viele Fleißige, die sitzen am Küchentisch zu Hause, gucken Examen nach oder machen Tutorien für Studierende. Der Minimallohn für Bauarbeiter in den USA beträgt 18 Dollar die Stunde. Ein Grader, der einen PhD, einen Doktortitel haben muss, verdient 13 Dollar die Stunde und korrigiert 40 Stunden pro Woche Examen. Ich weiß nicht, was die da vorne verdienen, aber ich schätze mal viele, viele, viele hunderttausend Dollar. Das ist ein Stresstest für eine Hochschule. Das reißt ein Gefüge des Personals auseinander. Als ich in Cornell war in den 90ern, hat man gesagt, der schlechtverdienste Professor soll höchstens einen Faktor 10 weg sein von dem bestverdiensten Professor an der Uni. Und hat er in den 90er Jahren erkannt, dass die Spreizung zu gering ist und dass man das aufweichen müsste. Das sind ganz andere Spreizungen, die hier finanziell im Lehrkörper stattfinden. Aber auch positive Nachrichten. Die Arizona State University hat jetzt viele Instructional Designers als eine neue Personalkategorie geschaffen. Menschen, die der Faculty helfen, ihre Vorlesungen digital zu gestalten und zu reformieren. Es geht nicht um Technik, es geht um Fortbildung. Sowohl an der Arizona State University werden die Leute fortgebildet, als auch an anderen Orten neue pädagogische Konzepte kommen durch die Hintertür mit Digitalisierung rein. Es wird viel mehr Lehre personalisiert. Geht aber natürlich auch darum, den rechtlichen Rahmen zu verändern. Die Infrastruktur zu schaffen. Nehmen Sie eine Lehrverpflichtungsverordnung. Ich weiß nicht, neun Stunden oder so, acht haben Sie, sind so glücklicher hier. Hier ist noch acht. Sie machen eine digitale Vorlesung, die bieten Sie drei Jahre hintereinander an. Zählt das im zweiten und dritten Jahr auch noch für Ihre Lehrverpflichtung? Weil Sie im ersten Jahr wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt haben? Nehmen Sie die Kapazitätsverordnung. Sie bieten eine digitale Vorlesung an. Die hat unendliche Kapazität. Kann sich dann jeder an der Hochschule einklagen, weil plötzlich ja unendliche Kapazität vorhanden ist? All das müssen wir reformieren. Dann Urheberrechte, Datensicherheit, Algorithmic Accountability, ein Riesenthema, zu dem ich heute gerade in Berlin am Morgen war und weiteres. Tja, Datensicherheit noch einmal. Der gläserne Lerner. Wahrscheinlich ist Ihnen auch bei dem Arizona State Beispiel am Ende etwas unwohl geworden. Der wird auf Finanzdaten zugegriffen, auf Studentenwohnheim-Einträge, auf Facebook-Postings. Alles, um Gutes zu wollen, um dem Studenten zu helfen. Aber trotzdem entsteht natürlich eine Transparenz, der wir begegnen müssen mit Datensouveränität. Und das Letzte, was wir wollen, dass diese Bildungsdaten dann dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, damit der weiß, wer im Alter von 40 einen Burnout erhält, weil er über Big Data Analysen festgestellt hat, wer in der siebten Klasse in Englisch schlecht war und im Studium und Mathe Probleme hatte, hat mit 40 einen Burnout oder irgendwas. Das wäre das Letzte, was wir wollen. Also Datensicherheit, rechtliche Reformen, mehr pädagogische Fortbildung, aber eben auch die Chancen. Ja, die Welle kann nicht surfen. Mein Abschlussgedanke. Mit drei kurzen Beispielen von Institutionen, die surfen. Arizona State sind wir jetzt schon ein paar Mal begegnet. Die setzen Personalisierungssoftware auf dem Campus ein, um die ganzen Einführungsvorlesungen in Fremdsprachen, in Naturwissenschaften, in Mathematik personalisierter zu gestalten, um ihr Heterogenität der Studentenschaft gerecht zu werden. Sie haben festgestellt, dass viele Studierende es nicht auf den Campus schaffen, weil sie gleichzeitig Kinder erziehen, arbeiten müssen, Eltern pflegen. Sie haben ein Online-Studium aufgebaut, was 20.000 oder 25.000 Studierende heute schon belegen, mit den gleichen Kosten wie das Campus-Studium, aber auch mit der gleichen Erfolgsquote wie das Campus-Studium, für das ich hinterher ein Zertifikat kriege, nämlich ein Bachelor oder ein Master, an dem der Arbeitgeber nicht mehr erkennen kann, ob ich auf dem Campus oder online studiert habe. Stark personalisiert, mit Online-Tutoren begleitet. Und jetzt haben sie sich was ganz Verrücktes überlegt, das ist ein Experiment, keiner hat Ahnung, wie es ausgehen wird. Sie haben gesagt, das erste Studienjahr öffnen wir für jeden in der Welt. Ist egal, ob sie Abitur haben oder wie alt sie sind, sie können das erste Studienjahr mehr oder minder in der Global Freshman Academy in Arizona studieren. Kostenlos. Und diejenigen, die die Credits angerechnet haben wollen, zahlen glaube ich ein Sechstel der Gebühr wie auf dem Campus, kriegen dafür Credits und ihre Zertifikate und die allerbesten dieser Studenten dürfen auf dem Campus im zweiten, dritten und vierten Studienjahr weiter studieren. Das heißt, was Arizona macht, ist, sie erweitern die Personalisierung, sie erweitern den Zugang für diejenigen, die übrigens im Durchschnitt zehn Jahre älter sind, den Online-Studierenden im Vergleich zu den Campus-Studierenden und sie öffnen sich mit einem völlig neuen Marketing- und Zugangsmechanismus allen Studierenden in der Welt mit der Global Freshman Academy. Ich glaube, bei der Global Freshman Academy haben sich über 100.000 am Anfang immatrikuliert, wenn zum Schluss 1.000 überbleiben, ist wahrscheinlich schon ein riesiger Erfolg, also auch gigantische Abbruchquoten, aber es sind 1.000 Leute, die bisher keine Chance hatten und die eine kriegen. Minerva, ein angebliches Ivy League der Online-Hochschulen-Beispiel, die nur im digitalen Zeitalter möglich ist, eine Hochschule, die surft. Die Studierenden vier Jahre lang sind in vier Städten der Welt. Staaten in San Francisco, können nach Buenos Aires, können nach London, können nach Berlin, können nach Seoul. Sie studieren kontinuierlich online das gleiche Curriculum mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen weiter, leben dann aber ein Jahr in Seoul, machen ein Praktikum, lernen Koreanisch, haben Cultural Experience und das Einzige, was die Hochschule hat, sind Studentenwohnheime in den verschiedenen Orten, aber keine Hörsäle mehr, keine Sportlande. Und für die Hälfte der Studiengebühren wie andere Ivy League-ähnliche Hochschulen, haben die ein höchst kompetitives Programm, was aber eben das gleiche Lernen, also das gleiche kognitive Lernen verbindet mit einem völlig anderen internationalen Immersion Experience, in dem sie nämlich eben in vier Kontinenten oder vier Städten der Welt studieren. Und das letzte Beispiel ist in Lausanne, das ist die kleine Tochter der ETH, französisch sprechend, die etwas aus der Online-Welt zurückgetragen hat in die Campuswelt. Und zwar werden Sie vielleicht gemerkt haben, ich habe überwiegend über Mathematik und Naturwissenschaften und solche Dinge gesprochen. Jetzt ist die Frage, wenn Sie einen Kurs zu englischer Literatur geben und 160.000 Menschen hören zu und die machen nicht ein Multiple-Choice-Richtig-oder-Falsch- Mathe-Examen, sondern die schreiben ein Essay von 20 Seiten. Wer redigiert 160.000 Essays? Computer-Grading ist noch nicht gut genug und jetzt müssen Sie Menschen finden, die bereit sind, 160.000 Essays nachzugucken. Da hat man sich überlegt, warum macht man das nicht gegenseitig? Peer-Grading. Wenn Sie einen Abschluss in dem Kurs haben wollen, müssen Sie nicht nur ein Essay schreiben, sondern drei von Ihren Kolleginnen und Kollegen redigieren, müssen denen Hinweise geben und die erste erfreuliche Feststellung war, die Durchschnittsnote der drei Studenten für ein Essay entspricht extrem genau der professoralen Bewertung. Die zweite Erkenntnis war, die Studenten haben mehr gelernt dadurch, dass sie sich mit drei fremden Essays auseinander gesetzt haben, als durch das Schreiben ihres eigenen. Die dritte Beobachtung war, wenn die Studenten wissen, dass nicht irgendein Assi vom Prof, sondern ihre Kollegen im Hörsaal nebendran ihre Hausaufgaben kontrollieren, strengen sie sich mehr an. Und diese Erkenntnis, die jetzt aus der reinen Notwendigkeit von zu großen Zahlen im Online-Bereich geboren war, hat die EPFL zurück in den Campus übertragen und macht im Hörsaal Peer-to-Peer Grading, weil sie weiß, die Studenten lernen mehr, sie strengen sich mehr an und die Bewertung ist auch einigermaßen fair, genauso fair wie die professorale Bewertung. Drei Institutionen, die die Welle surfen, auf sehr unterschiedliche Art, indem sie Access erweitern, indem sie ein völlig neues Modell machen oder indem sie Erkenntnisse aus der Online-Welt auch wieder zurück in den Hörsaal geführt haben. Und die Diskussion möchte ich beginnen oder sie mit drei Zitaten in den Abend verabschieden. In der Frage, wie weit Digitalisierung eben nicht nur die Pädagogik, sondern auch die Gesellschaft und die Institutionen verändert. Und die Shelby Harris ist eine Lehrerin, die eben mit Khan Academy Videos unterrichtet und die hat sehr schön gesagt auf die Frage, was sich verändert hat, ich unterrichte nicht mehr Stoff, ich unterrichte Kinder. Nämlich plötzlich habe ich Zeit für das Wesentliche. Der Satz des Pythagoras, da gucken die sich ein Video an. Ich kümmere mich um die Scheidungsprobleme der Eltern. Also ich rede mit dem Kind, ich überlege, wo das steht und warum es im Moment Probleme hat oder glücklich ist. Der Personalchef von Google, der hat mal gesagt, die Abschlussnoten sind völlig wertlos. Deswegen brauchen wir eben Kompetenztests und andere. Der Professor, der wahrscheinlich am meisten über Disruptionen und Veränderungen erforscht, das ist ein Harvard-Professor Clayton Christensen, prognostiziert, in 15 Jahren wird die Hälfte der amerikanischen Hochschulen bankrott sein und von der Digitalisierungswelle dahin gewischt. Und die Gründerin von Coursera, das war ganz am Anfang dieser Online-Uni mit den 22 Millionen Studierenden, hat auf die Frage, warum sie diese Uni gegründet hat, einmal gesagt, wir wissen nicht, woher die nächste Einstein kommt, vielleicht lebt sie in einem kleinen Dorf in Afrika. Demokratisierung, Veränderung des Arbeitsmarktes, Veränderung der Pädagogik und sicher auch Veränderung der Bildungsinstitutionen als Konsequenzen der Digitalisierung. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank. Herr Burow moderiert, aber es gibt schon den ersten Kollegen. Er hatte nur den Vorteil, dass er in Zürich an die Bücher kam, in der Bibliothek, die er lesen konnte. Und das hat das Mädchen in dem Dorf in Afrika bisher eben nicht gehabt. Aber mit dem Smartphone hat sie jetzt diesen Zugang. Naja, was das Interessante an dem Beispiel Einstein ist, dass eben die Erfindung nicht in der Universität stattfindet. Er bekam keine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern er wurde Patientbeamter dritter Klasse und hat dann außerhalb der Hochschule sozusagen mit zum Beispiel den Göttinger 3 mit anderen Physikstudierenden spazieren gegangen und haben darüber solche Dinge entwickelt. Und das Interessante an der Sache ist, das ist genau das, was mit der Digitalisierung hier passiert. Also die Öffnung, also die Vorstellung, dass wenn man in schlecht belüfteten Räumen sitzt und frontal gewehrt wird, dass man dahinter eher klüger ist. Also diese Vorstellung, die funktioniert eben nicht und es gibt jetzt die Möglichkeit, dieses aufzulösen. Ja, wobei der erste Schritt, ich meine, das ist dieses elfjährige Mädchen, die Katja Neazzi, die es schafft von Lahore aus, so wie so ein kleiner Einstein, künstliche Intelligenz zu lernen. Die hat inzwischen den Bachelor fast abgeschlossen. Vor zwei Jahren saß die auf dem Weltwirtschaftsforum auf dem Podium, ja, im Alter von 14 in Davos. Die ist jetzt, das sind außergewöhnliche Persönlichkeiten, die diese Opportunitäten ergreifen können. Aber wenn eben personalisiert wird, ja, wenn Algorithmen einem helfen, die Wege durch den Bildungsdschungel zu finden, dann ist das auch für mehr als nur die Einsteins. Für mehr als diejenigen, die also eine unendliche Motivation und Fähigkeit haben, sich die Dinge beizubringen. Zuerst noch einmal etwas, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Der Druck in Amerika aufgrund der extrem hohen Bildungskosten und der Druck in Asien, in den Schwellenländern aufgrund von schlicht mangelndem Zugang zu Bildung ist wesentlich höher. Wenn Sie heute in Indien aufwachsen, kriegt einer von zehn mit Hochschulzugang, kriegt einen Uni-Platz, neun bleiben leer. Für die ist digitale Bildung die Alternative zu gar nichts. Und zu gar nichts ist vieles besser und digitale Bildung ganz sicher. Deswegen boomt im Moment in Amerika und in den Schwellenländern digitale Bildung. Und wir in Deutschland, das ist erstmal eine positive Nachricht, sind in der glücklichen Situation, dass wir ein vernünftiges Bildungswesen, was keine Katastrophe, leider nicht großartig, aber zumindest keine Katastrophe, mit vernünftigen Zugangschancen für eigentlich alle und jeden zu vernünftigen Preisen haben. Und deswegen ist bei uns der Druck erstmal nicht so groß. Trotzdem müssen wir uns im Zuge des besseren Umgangs mit der Heterogenität, einfach um adäquatere Bildung für jeden zu ermöglichen, in Schulen, in Hochschulen wesentlich stärker damit auseinandersetzen. Das erste große Signal ist jetzt gegeben, es soll ein 5 Milliarden Programm geben von dem Bundesbildungsministerium, um die Schulen ans Netz zu bringen, um Konzepte der digitalen Bildung zu fördern. Bisher gibt es in Deutschland sowohl an den Unis als auch den Schulen einzelne Personen, einzelne Kolleginnen und Kollegen, Lehrer, Professoren, die unheimlich engagiert sind, die ganz tolle Dinge machen, aber es ist nur nicht auf der institutionellen Ebene angekommen, es ist auf der individuellen Ebene stehen geblieben. In Asien, insbesondere in Amerika, sind es ganze Institutionen, die sich schon der digitalen Bildung zuwenden. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen dem individuellen und dem institutionellen, wo Deutschland eben nur auf der individuellen Ebene ist und jetzt dahin kommen muss mit Förderprogrammen und ähnlichen auf die institutionelle Ebene zu kommen. Das ist nicht einfach. Wir haben zum Beispiel für die Berufsschulen in Deutschland gerade eine Analyse gemacht und geguckt, ob die ans Netz angeschlossen sind. Ein Drittel der deutschen Berufsschulen haben keinen Internetanschluss. Da wird im dualen Ausbildungswesen die Zukunft der deutschen Arbeitskräfte ausgebildet. Ein Drittel kann zwar E-Mails empfangen, aber keine Videos gucken und ein Drittel der deutschen Berufsschulen hat einen Internetzugang, der reicht, um Bewegtbild und Videos und ähnliches anzugucken. Das reicht im 21. Jahrhundert nicht. Also ich meine, da müssen wir eine andere Investition in Infrastruktur leisten. Wenn ich in der Berufsschule nicht mal ein Video mir angucken kann, dann kann ich auch alle diese digitalen Opportunitäten gar nicht nutzen. Was ist das für die ein paar Fragen? Die Menschen sind doch hauptsächlich auch praktisch und möchten, die das machen, z.B. sind ja nicht so ganz grundsätzlich, die sind doch nicht so ganz und die duale Ausbildung denken, dann können Sie natürlich jetzt nicht irgendwie die Tischlerlehre durch ein digitales Video ersetzen. Auf der anderen Seite, der Tischler lernt Englisch, die Grundlagen der Mathematik, Geometrie und so und fährt dann vielleicht auch noch aus dem kleinen Dorf 70 Kilometer weg von Kassel in die Berufsschule nach Kassel für den Freitag, um zwei Stunden Englisch und eine Stunde Geometrie zu lernen. Und da gibt es eben, also Digitalisierung löst nicht jedes Problem, aber es löst mehr Probleme, als wir heute versuchen zu lösen. Und also die Geometrievorlesung in der Berufsschule, die kann ich wahrscheinlich besser ersetzen, als ich sie heute on ground mache, das Tischlerhandwerk nicht. Obwohl es erstaunlich viele Erklärvideos auf YouTube gibt, mit denen man erstaunliche handwerkliche Dinge, ich sage das aus eigener Erfahrung, auch selber hinkriegt, auch wenn man theoretischer Physiker ist und jetzt also nicht begnadet in der bisherigen Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten. Ich möchte nur ergänzen, Sie waren leider nicht bei der letzten Vorlesung, da hat Bado Herzig von der Hochschule Pader Baum alles reistehen gebracht, nämlich der ging in Schulklassen auf einer Skaterbahn. Und bei der Skaterbahn macht er nichts anderes, als die zu betragen war, was interessiert denn euch? Und dann sagen die, ja wir würden gerne auch mal herausfinden, wie hoch einer springt oder wie schnell ist der. Und dann zeigt er ihm solche Messdioden, die man haben kann, das sind da 20 verschiedene, und dann gucken die sich das an und dann überlegen die, oh das würden wir gerne bauen. Und das erklärt er nicht. Sondern er versucht nur herauszufinden, was sie wünschen. Und dann fangen die an, plötzlich solche Dinge zu bauen. Und das heißt, der Gegensatz zwischen digital und analog Bildung, der ist sogar nicht bestehen. Das ist eine typisch deutsche Debatte, dass immer sozusagen gesagt wird, jetzt wird alles digitalisiert und jetzt verschwindet das analoge. Aber das ist die deutsche Debatte. Ganz im Gegenteil. Wenn es ein gutes analogisches Konzept gibt, und das ist das Entscheidende, dann kann Digitalisierung in diesem Bereich ganz viel bringen. Also die Mischung macht es. Jede Studie zeigt, dass ein guter Hybrid zwischen analoger und digitaler Bildung erfolgreicher ist, als das rein analoge und das rein digitale. Aber es gibt wenige Felder, die Sie komplett digitalisieren können. Können Sie vielleicht Sprachlernen für Professionals, können Sie irgendwie ein bisschen was auch ganz digital machen. Also ich glaube, der Bertelsmann-Konzern hat jetzt digital, also Digital First ausgegeben für Fort- und Weiterbildung. Und man soll erst immer mal gucken, ob es ein digitales Angebot gibt. Und wenn man noch zum analogen Seminar will, im Bereich eben der Fort- und Weiterbildung bei Sicherheitstrainings, und ich weiß nicht was, dann muss man das gesondert begründen. Aber man soll erst mal gucken, was digital geht. Aber das ist nicht Persönlichkeitsbildung im Schulalltag, sondern das sind sehr spezifische Wissensaufnahmen. Ich habe ein Berufsliegen. Ich habe acht Berufe. Ich habe von sechs Staaten studiert. Ich habe in der Amtsschule, da war quasi, ich bin in der Ordnung, studiert 440 Tage. Ich habe selbst 120 Tage in Kulturer, Menge, in der Höhebuch meiner Berufsliegenaufbahn, nach vier Stunden, bis gleich in den Rutschüttemberg. Ja und? Hm? Ja, das ist eine Frage. Nein, ich habe das nur, das ist keine Frage. Man muss sich eben auch in den Rutschboden setzen, das wusste ich ja schon. Ich bin ja schon eine ganze Weile zu Hause. Ich bin ja zur Rolle in den Rennen. Ich bin jetzt 76 Jahre, ich bin jetzt 60, die Jahre in den Rennen gegangen. Ich bin immer noch tätig, habe ich verbunden, gerade weltweit. Ich habe da 10.000 Euro gemacht, nicht daran, weil meine Körper unterschiedlich verschiedene Tastaturen hergestellt hat, und auch chinesisch. Wir haben also die chinesischen Zeichen in den elektronischen Schreibbeständen eingepackt, und für den Professor, der an der Uni bis zu 8.000 Zeichen braucht, dort einen Monitor angesetzt, denn jetzt gibt es ja chinesische Zeichen, die sind in 5.4D. Da ist er erstmal angefertigt, und dann ab zur Düse. Wie er sich ausgedacht hat, war ein chinesischer Professor, und er hat es dargelegt, bei seiner Regierung, eine Zeitung herzustellen, ein elektronisches System, und haben es in 6 Jahre in Verwandlung geschickt, auf der Stelle. Da hat man die Wartezeit zu Hause auf Wiedersehen losgebracht. Und in dieser Zeit hat er die chinesischen Zeichen in der Beugnstein sortiert, und dann haben wir, bei einer Firma, die normale Bezintastatur noch 6 Mal drunter gesetzt. Also nicht nur, dass man das körperlich sieht, natürlich nicht 6 körperlich, die Tastaturen, sondern die waren anwählbar über 7 Tasten. Also 7 Tastaturen insgesamt. Gut, das interessantes Beispiel, würde ich jetzt nur sagen, dass wir die Zeit noch nutzen, wenn es Fragen gibt. Da ist noch eine Frage. Ja. Ich fange mal bei dem zweiten an. Ich habe an anderer Stelle auch schon von der amerikanischen Kolonialisierung des Bildungsmarktes gesprochen. Diese Produkte sind sehr teuer zu entwickeln. Wenn sie mal entwickelt sind, sind sie mit fast null Kosten in der Welt zu verbreiten. Und wenn wir uns schon darüber aufregen, dass wir die Organisationsform des angelsächsischen Bildungswesens im Sinne des Bachelor und Masters übernommen haben, dann sollten wir uns wahrscheinlich mehr darüber aufregen, wenn wir jetzt noch die Inhalte übernehmen. Und alle nur noch irgendwie nach den Kursen der Khan Academy oder sonstigem lernen. Und ich finde und in meinem Selbstverständnis als europäischer Bürger ist, dass Europa dem etwas entgegensetzen sollte. Herr Mersch, der hier in der Vorlesung von Zürich, der Gefahr des digitalen Feudalismus beschworen hat. Das ist ein Markt, das ist ein Wettbewerb. Und zwar jetzt gar nicht unbedingt ein kommerzieller Wettbewerb. Das sind Professoren, die ihre Vorlesungen ins Netz stellen, die teilweise auch keinen Center für kriegen. Aber die eben die Art der Didaktik, der Inhalte, der Lehrbücher, der Gedanken, der Gedenkschulen prägen, indem sie eben 100 Millionen Mal angeguckt werden, während andere sich auf 30 im Hörsaal begrenzen. Also ich halte das für ein echtes Thema. Und ich glaube, das ist auch ein Teil einer kulturellen Auseinandersetzung zum Positiven eines kulturellen Wettbewerbs, den wir führen müssen. Zum Stichwort Big Data, das Problem ist, ohne Daten geht es nicht. Und auf der anderen Seite können sie mit den Daten beliebigen Unfug betreiben. Und wenn wir es nicht regulieren, dann wird dieser Unfug geschehen. Und das reine Weggucken und sagen, das geht uns nichts an und dazu müssen wir nichts tun, wird genau zu dem Unfug führen. Und deswegen müssen wir uns auch im Rahmen der deutschen und europäischen Gesetzgebung eben überlegen, wie wir mit Bildungsdaten umgehen. Kleines Beispiel, die amerikanischen Bildungsanbieter Schulen und Hochschulen haben eine Selbstverpflichtung unterschrieben, die sagen, sie nutzen die Erkenntnisse aus diesen Big Data Analysen nur zur Unterstützung und Hilfe der Studierenden und Schüler, nicht zur Selektion. Sie könnten ja anhand der Schuldaten auch erkennen, welcher Student Ihnen vielleicht im siebten Semester so Probleme macht, dass Sie ihn nie hätten aufnehmen sollen und das erkennen Sie vorher, also nehmen Sie ihn nicht auf. Und genau das soll eben ausgeschlossen werden im Umgang mit Big Data, sondern Sie sollen es nur einsetzen, um Unterstützungsmechanismen zu liefern. Aber wenn Sie nichts regulieren und wenn Sie nichts regeln, dann wird auch das andere geschehen. Da bin ich ganz sicher. Ja, Herr Arndt. Ja, auch von meiner Seite, das ist ja auch schon zum Teil Realität, wir in Würzburg haben ein Programm jetzt best fit, wir versuchen, ein Foto zu elektrieren, um Studierende davon abzureichen, das Reiche zu studieren. Das ist ein bisschen, das ist für euch, aber wir haben nur ab, wie wir damit effektieren wollen. Jetzt haben Sie von der Revolution gesprochen. Die Frage ist, die Position erzeugt ja erstmal eine Aufmerksamkeit. Die Position erzeugt ja auch bei vielen, aber vielleicht nach der Haltung, also wieder standen, klassisch. Sie sprachen davon, dass wir bei euch alles wirklich konzentriert haben. Und zu einem der wenigen erzählen, die da auch mit der Technik voranzugehen. Haben Sie, Herr Schleimann, gebeten, uns zwei Teiltipps für die Institution, die Hochschule, die auch gebetet hat, die Studenten ist, wie gesagt, ja, müssen wir das überhaupt machen. Und ich habe natürlich gesagt, wir machen, es ist vorbei, es ist mit der Institution. Also, eine lose Folge von Tipps. Ich glaube, das Wichtigste ist, eine Hochschule braucht eine Strategie nicht im Sinne einer Digitalstrategie für eine Technik, sondern eine Strategie für das 21. Jahrhundert. Und wenn wir nicht an den Problemen anfangen, die wir lösen wollen, ich glaube, dann kommen wir auch nicht zu sinnvoll akzeptierten, in der Breite der Faculty akzeptierten Lösungen. Wenn ich jetzt in eine Hochschule gehe und sage, alles muss digital werden, dann werden Sie weniger Freunde finden, als wenn Sie sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Zeiten, wo Studium zum Normalfall wird und 60 Prozent eines Jahrgangs studieren, dann haben wir eine gigantische Heterogenität im Hörsaal sitzen, wie wollen wir mit der eigentlich umgehen? Dann habe ich ein analoges Problem. Ja, und dann suche ich für dieses analoge Problem Lösungen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, es muss eine Strategie sein, die dann eben nicht nur diesen übergeordneten Charakter hat, sondern auch beim Präsident oder Rektor aufgehängt ist, oder vielleicht noch beim Prorektor oder Vizepräsident Lehre, aber nicht im Rechenzentrum. Ja, in dem Moment, wo Sie das Rechenzentrum beauftragen, sich eine Digitalstrategie für die Hochschule auszudenken, ja, dann kommen die irgendwie mit Bandbreiten und Geräteausstattungen und Ähnlichem, ja, auch alles wichtig, aber das ist nicht das, was Sie brauchen. Das Zweite, es hat viel mit einem pädagogischen Wandel zu tun. Und ich hatte ja vorhin, als wir hier unten saßen, stand schon kurz gesagt, in Arizona State, glaube ich, müssen alle Kollegen jetzt zwei Wochen zu Fort- und Weiterbildung, alle Professoren, für Digitalisierung, aber eigentlich für neue pädagogische Konzepte an der Uni. Und wie kriege ich das hin, dass eben verstanden wird, dass es hier um die Chance eines pädagogischen Wandels mit technischer Unterstützung geht und nicht um irgendwie jetzt ein abgefilmtes Video aus dem Internet ins Netz gestellt wird. Alles schön und gut, aber die Vorlesung wird nicht dadurch besser, dass ich sie abfilme. Das ist sehr interessant. Die wird durch anderes besser, dass ich mir überlege, was das pädagogische Konzept ist und mir dann überlege, welche technischen Hilfsmittel ich haben will. Das ist sehr interessant, weil der Martin Kuckmann, der ehemalige Schulleiter der deutschen Schule in Silicon Valley, er sagt... Jetzt Schulleiter in Gütersloh. Jetzt in Gütersloh. Genau, ja, wollte ich nur noch. Die ganze Debatte ist zu technisch. Absolut, ja. Es geht, und wir hatten vor drei Vorlesungen, die Schulleiterin der Freier von Steinschule in Neulünster, die da führen sind, und sie sagt, wir haben den Wandel dadurch, dass sie neue pädagogische Konzepte gemacht haben. Oder ungelöste Probleme. Also gehen Sie heute in eine Schule und reden über Inklusion. Wir machen in NRW eine Lehrerfortbildung über, glaube ich, elf Tage mit ganzen Schulen zum Thema individuelle Förderung. Würden wir am Beginn der Lehrerfortbildung sagen, dass es jetzt geht um Digitalisierung und so weiter, würden, glaube ich, die Kollegen all die Tür zu machen nach Hause gehen. Es geht um individuelle Förderung. Es geht darum, dass jedes Kind einen eigenen Lehr- und Lernplan braucht. Und wenn die dann am elften Tag der Fortbildung sagen, dann stehe ich aber viel am Kopierer. Dann können wir sagen, ja, dafür gäbe es vielleicht eine Lösung. Aber da war erst ein Problem, dann ein pädagogisches Konzept, dann das Realisieren, dass ich im analogen Zeitalter damit sehr arbeitsaufwendig umgehen kann. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht eine modularisierte Datenbank mit Lernmaterialien habe und vielleicht ein digitales Endgerät brauche oder so, damit ich nicht so viel am Kopierer stehe. Das ist etwas, was ein Pädagoge versteht. Nur Digitalisierung einzusetzen, ist ja noch kein Forschung. Gut, ich würde jetzt die letzte Wortmeldung, weil es hier in den Zug noch ein bisschen wollen. Wir sind soweit am Ende, sich nur noch... Ja, aber wenn die Äußerung vorgelegt sind, dass man das kein Plan, der viel besser Talente hat und entdecken kann, weil die Formalisten gehören, als der überhebliche. Na ja, also der Vorteil des Menschen ist, dass er eine unglaublich breite Intelligenz hat. Diese Algorithmen können eine extrem spezifische Aufgabe lösen. Und die können sie aber, weil sie einen größeren Überblick über komplexe Daten haben, nach gewissen Maßstäben besser machen. Also zum Beispiel diese Kompetenzmessungsalgorithmen haben weniger Gender-Bias als einen Personalchef. Ja, also der Auswahl von... Kann ein Algorithmus besser? Ja, auf der anderen Seite ist der Algorithmus auch nicht intelligenter als der Programmierer. Also wenn Sie heute im Netz unterwegs sind und Sie sind Frau, dann kriegen Sie minderwertige Jobangebote von Algorithmen vorgeschlagen als Mann. Ja, warum? Weil der Algorithmus reproduziert, was heute in der Realität da ist. Das ist erstens falsch, also da muss wieder reguliert werden. Und zweitens ist der Algorithmus dann nicht besser als der Mensch, weil er nur das menschliche Verhalten reproduziert. Also künstliche Intelligenz ist an der Stelle uns nicht überlegen. Sie ist halt nur in der Lage, größere Datenmengen wie 500.000 Datenpunkte oder 100 Millionen Lebensläufe anzugucken, anstatt nur 3 oder 300 und eben nicht, gerade jetzt bei so einem Beispiel, diesen Like-Me-Bias, also diesen, ich assoziiere immer von mir. Also ich bin Berater in der Uni und denke, wie ich es selber gemacht habe und meine Kinder und gebe die Empfehlung. Oder ich bin Personalchef und denke, ja, da war ich auch an der Uni, da kommt jemand her, der muss richtig sein. Diesen Bias, diesen Algorithmen eben nicht. Aber es ist eine technische Lösung und keine künstliche Intelligenz. Ich danke Ihnen, bis zum Kommen, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wunderbar, genau. Und noch eine schöne weitere Vorlesungsreihe. Beim nächsten Mittwoch werden wir Herrn Filk von der Hochschule Flensburg hören, der auch zu einem weiteren interessanten Thema referiert. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie hier wieder sehe. Danke.